Das sind Tina und Michael. Sie probieren sich gerade in unterschiedlichen Lehrberufen aus. Mit Hilfe von ProbierDichAus.at, der neuen digitalen Lehrlingsplattform der Wirtschaftskammern Österreichs. Die interaktive Plattform bietet Jugendlichen seit November 2017 die wichtigsten Informationen rund um das Thema Lehre. Im Zentrum stehen die zwei YouTube-Stars Tina Neumann und Michael Buchinger. Sie tauchen in informativen Videos für einen Tag in spannende Lehrberufe ein. Auf ihre charmante Art unterziehen sie die Lehrbetriebe einem knallharten Faktencheck. Auf ProbierDichAus.at gibt es eine Reihe von praktischen Tools, die interessierte Jugendliche bei ihrer Suche unterstützen. Zum Beispiel können sie beim Self-Check mit wenigen Klicks viele Berufsbilder entdecken, die zu ihnen passen. Der ChancenFinder scannt ihre direkte Umgebung nach Lehrbetrieben und findet blitzschnell mögliche Lehrstellen. Mit dem österreichweiten Angebot ist da für jeden etwas dabei. Erfolgreiche Karrierewege von ehemaligen Lehrlingen zeigen schließlich, welche vielseitigen Chancen eine Lehre bietet. Sollten am Ende aber trotzdem Fragen offen bleiben, werden diese möglichst schnell und klar beantwortet. ProbierDichAus.at ist die Anlaufstelle für Österreichs Jugendliche, die auf Augenhöhe auf ihre Zukunftsfragen eingeht. Los geht's!